Als Product Owner eines Softwareproduktes ist es nicht leicht, immer alles im Blick zu haben. Sprints und Deadlines werden immer enger getaktet und müssen eingehalten werden, um Softwareprodukte rentabel durchzuführen. Dabei bleibt die Sicherheit oft auf der Strecke oder wird höchstens durch Pentests beim Release geprüft. So kann das Produkt im schlimmsten Fall gehackt werden. In jedem Fall ist das Nachsichern sehr aufwendig und kostenintensiv. Vom Vertrauensbruch gegenüber Usern ganz zu schweigen. Daher muss Security während des gesamten Entwicklungsprozesses berücksichtigt werden. Von ersten Anforderungen und Designs bis zu Release und Betrieb. Dieses Prinzip wird als Security by Design bezeichnet. Das Forschungsprojekt AppSecure.nrw unter Leitung des Fraunhofer IEM entwickelte ein einfaches Konzept namens Security Belt. Ein Reifegradmodell, um Unternehmen bei der systematischen Einführung der Security by Design Methodik zu unterstützen. Mittels aufeinander aufbauender Security Belts, ähnlich zu Judo und Karate, steigt die Kompetenz im Team. So können individuelle Sicherheitsmaßnahmen festgelegt werden, je nach Anspruch des Produkts von Beginner bis Expert. Ein zentraler Bestandteil der Security by Design Methodik ist die neue Rolle des Security Champions. Neben der Sensibilisierung und dem Wissenstransfer für das gesamte Team zum Thema Daten- und Angriffssicherheit, überprüft dieser Codes auf Sicherheitsmängel. So kann er schnell reagieren bzw. zur Nachbesserung auffordern. Dadurch wird die Kompetenz im Team gesteigert, um langfristig sichere Produkte zu kreieren. Im Rahmen von AppSecure.nrw wurde für Security Champions ein intensives Training weiterentwickelt und ausführlich verprobt, um Software Developer auf diese Rolle vorzubereiten. Theorieblöcke wechseln sich dabei mit langen Praxisphasen ab. Zudem werden notwendige Soft Skills trainiert, um Wissen weiterzugeben und Konflikte zu managen. Vermeiden Sie kostenintensive Hotfixes und schlechte Presse. Machen Sie Ihre Softwareprodukte von Anfang an sicher.